willkommen wieder was ganz besonderes für sie und diesmal ein mega sofa von tommy m thomas machalke namens marriott ein vier sitzer in leder corrida dark blue ein messestück richtig großes sofa viel platz zum launchen zum lümmeln ganz klassisch kubische optik aber weich gemacht wie man es heute gern hat nicht so streng nicht so bauhaus sondern hier mit einer doppelten geschlossenen biese außen und innen an der armlehne und bei den kissen genäht das ist nicht einfach das können nur die guten näherinnen zu machen das zum leder es ist ein fast gegärtes anilin leder das dann leicht angeschliffen wird und mit verschiedenen ölen dann versiegelt total naturbelassen mit leichtem strich deshalb sie sehen auch die farbunterschiede wenn ich so drüber streicht unheimlich hautsympathisch etwas pflegeintensiver aber sie wollen ja leben sie wollen sich ja wohlfühlen und das tun sie auf marriott ja sie können hier wunderbar natürlich legen ups das ist für zwei überhaupt kein problem die kissen die rückenkissen sind lose wie immer mit zieht sie band aber auch die sitz kissen können sie weg machen und sie sind mit klettverschluss angebracht so zum sauber machen eigentlich ideal finde ich wo war jetzt vorne so gehört also die garnitur ist wirklich ein sofa ein mega sofa für leute die es gemütlich wollen die soft sitzen wollen parkisen drauf schmeißen ich habe hier mal ein bisschen was ausgefallen ist genommen die ein tolles leder haben wollen ich muss aber sagen 2 meter 83 platz am stück das heißt auch zum reinkommen müssen sie den platz haben mit der tiefe von 1 10 bitte schauen sie erst nach wir können kein risiko übernehmen ab haustür das ist dann ihr bier ja ich habe mir einmal als messestück in dieser tollen farbe andere farben habe ich nicht besorgen kann ich nichts ich habe diese schnäppchen und wenn sie ein smart shopper sind wenn sie gute ware günstiger haben wollen und wenn sie das besondere mega sofa in einem leichten lechner pokierten leder wollen dann ist mariette in korridatat für sie das richtige schnappen sie zu dankeschön und tschüss